Was genau, Freunde? Wir reagieren heute auf den neuen Song von Noisy zusammen mit, wir nennen ihn jetzt mal so wie bei Stern TV, und zwar Cheezus, Freunde. Wer kennt ihn nicht? Den guten alten Cheezus, ja, den Käsemann und Dacia Welly, und zwar den Song All Them Talk. Dacia Welly, by the way, ist scheinbar, so wurde mir das mitgeteilt, ich kannte den jetzt vorher noch nicht, ein, ja, Drill-Künstler. Ich bin sehr gespannt und wenn ich mir dann vorstelle, auch noch Cheezus auf einem Drill-Beat zu hören, Digga, dann wäre das schon extrem wild, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein. Kurze Info aber noch vorab, ihr habt gerade den Pulli gesehen, ich verlinke euch den mal unten, ich habe den zugeschickt bekommen. Sehr nice, auf jeden Fall von der Marke Tellem, und ja, checkt die gerne mal ab, also ist echt ein nicer Pulli. Ich muss aber sagen, ist ein bisschen warm gerade im Moment, also ich habe den eh anprobiert, deswegen habe ich den auch an, aber nach diesem Video ziehe ich lieber wieder ein T-Shirt an, Digga, weil sonst, ja, da sitze ich morgen hier nicht mehr. Okay, let's go. Okay, die machen es spannend. Erstmal noch kein Ton am Anfang. Boah, also ich muss sagen, Digga, der Beat klingt schon mal sehr geil, auf jeden Fall von dem Song. Boah, Bro, wie krass kommt der denn bitte auf diesen Beat, Digga. Hey. Digga, also bis jetzt muss ich sagen, der Song ist echt krass. Also, wir haben zwar erst 45 Sekunden davon gehört, aber der erste Eindruck davon überzeugt mich schon mal auf jeden Fall. Ähm, bis jetzt sehr, sehr nice. Ähm, Video ist halt so, ja, sag ich mal, streetmäßig so ein bisschen angelehnt, viel in solchen, keine Ahnung, so einem Treppenhaus oder so, hier mit so ein bisschen Graffiti und so am Start. Ähm, ja, finde ich passt auch ganz gut dazu. Ich bin immer noch high wie die NASA, bau ein Zweiblatt, scheiß mal auf der Arbeit. Nein, du bist kein Täter. Such mal den Fehler, die Jungs alle sauer und du bist kein Gegner. Nur so ein Typ, der den Pulmarser zählt hat. All of them talk, none of them walk. Just say the shooters, gunmen, big dubs, let me see them walk. All of them talk, none of them walk. Just say the shooters, gunmen, big dubs, let me see them walk. Okay, ähm, die Hook davon finde ich auch nicht schlecht, also die Hook ist nice davon. Ich hätte mir aber irgendwie gewünscht, dass die nochmal ein bisschen, ich weiß nicht genau wodurch oder wie auch immer, die hätte noch ein bisschen krasser sein können, aber trotzdem war die auch schon auf jeden Fall nice so. Also rein vom Sound her so finde ich auch schon am Anfang dachte ich mir, okay, klingt nice, jetzt bin ich gespannt. Finde ich auch geil hier so diese Container Location so mäßig, ähm, ja mit diesem ganzen blauen Licht und so, sieht auch extrem nice auf jeden Fall aus. Wir können uns mal ganz kurz die Bewertungen reinziehen, okay, 118.000 Likes zu, ein bisschen weniger als 3.000 Dislikes, das ist auf jeden Fall schon sehr stabil. Ähm, Platz 4 auch in den Trends, okay, sehr nice. Also, ich muss sagen, feiere ich auf jeden Fall den Song, kann man sich gut geben. Ähm, ja, wäre cool, wenn die, ja, oder wenn Jesus noch mehr in diese Richtung, sage ich mal, rausbringen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich meinte nur nicht mal, dass die Hook krasser sein könnte, sondern der Übergang irgendwie. Da finde ich hätte irgendwie noch, ich weiß nicht, irgendein geiler Drop oder ich weiß nicht genau wie, aber da hätte man, finde ich, nochmal mehr machen können. Das ist aber halt komplett Geschmackssache so, also, das ist nichts, warum man den Song nicht wiederhören würde. Ich würde den safe wiederhören, weil, wie gesagt, der gefällt mir echt sehr gut. Ähm, würde ich sogar sagen, ist von den ganzen Songs, die rauskamen, tatsächlich, würde ich sagen, unter den Top 3 bei mir. Also, ich finde den echt richtig, richtig gut. Ich glaube, je öfter man diese Hook hört, desto mehr fühlt man die. Also, jetzt, wo man die schon so ab und zu, also mehrmals gehört hat, finde ich, ja, keine Ahnung, geht die noch mehr oder besser schon ins Ohr rein so. Und, ähm, ja, wenn man die jetzt noch mehrmals anhört, ist es wahrscheinlich so eine Hook, die man halt komplett einfach nicht mehr vergessen kann. Geile Ad-Libs auf jeden Fall auch hier mit am Start, klingt sehr geil. Oh, Digga, ich schwöre, ne, das klingt so abgefuckt, Alter, so abgefuckt klingt das. Einfach so richtig Psycho, Digga. Ich schwöre, Digga, er erinnert mich irgendwie übel, so vom Aussehen her, irgendwie an, äh, Dings hier, an Animus, Digga, so ganz leicht. Also, den Song kann man sich safe öfters geben. Wir können den auch mal direkt hier in die Playlist reinhauen. Jetzt muss ich den erstmal hier finden, Digga. Ah, all damn talk, warte mal, ich kann das euch jetzt zeigen. Hier. Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr geiler Song. Ja, ihr könnt mal eure Meinung gerne kommentieren, bin ich auch gespannt, was ihr so davon haltet, aber ich denke mal, ja, ihr werdet wahrscheinlich der gleichen Meinung sein wie ich. Sehr, sehr geiler Song. Boah, ich schwöre, Digga, das sieht im Video auch übel geil aus, diese Drohnenaufnahme. Oder ist das mit einer Drohne oder von einem höheren Punkt? Doch, war Drohne. Sieht richtig geil aus mit den ganzen Leuten, die da rumstehen. Und diesem Licht und so, sehr geil, Mann. Geil, Mann. Auch geile Idee am Ende, dass nochmal dieses Lachen oder was auch immer, dass es mit reinzunehmen klingt, wie gesagt, richtig psychomäßig. Okay, das war's mit diesem Song, Freunde. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mir hat's sehr gut gefallen. Mittlerweile ist mir sogar nicht mal mehr so warm mit dem Pulli. Also, man sieht, auch gegen Hitze hilft dieser Song auf jeden Fall extrem krass, Freunde. Das war's mit diesem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen, damit wir zu den 7000 Abos kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder oder irgendwann anders wieder. Ich weiß noch nicht mal, wann ich dieses Video hier hochlade. Mit der nächsten Reaction, mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.